Bobfahren ist ein wenig wie Bus und Bahn fahren. Man geht zur Haltestelle. Man steigt ein. Man fährt ein Stück. Und man steigt wieder aus. Nur unterwegs ruckelt es manchmal ein bisschen. Und man muss immer bis zur Endhaltestelle fahren. Habt ihr Lust auf Adrenalin, Power und Geschwindigkeit? Dann kommt zum Weltcup 2024 hier in Altenberg. Mit dem VVO-Combi-Ticket ist die Anreise mit Bus und Bahn inklusive.